Draußen tanzen Senioren. Und hier ist ein Behinderten-WC. Da muss ein Fenster offen. Wie weit ein bisschen stinkt. Voll gut. Kalt draußen. Machen wir hier mal zu. Hm. Wird wohl verstopft sein. Ich will natürlich die Toilette nicht abbauen. Die ist ein bisschen... Aua. Größer. Ich hoffe, dass sie nicht so eingefallen ist. Ich will erstmal sicher sein, dass sie nicht recht hier vorne ist. So. Was ist das? Ich will mal haken. Ich schätze mal... Da wird ein dicker Haufen gewesen sein. So. So. Und jetzt muss ich nur noch die Puppe abmachen. So. So. Machen wir gleich weg. So. 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 Hallo Chef, kommt mein Chef vorbei und kontrolliert Mia. Viel Spaß. Tschüss. Ach Chef, kannst du mal was tun und spülen? Nein. Tschüss. Ja, ist an der Nähe. Muss ja mal gucken, was die Jungs so machen. All good. Nein, ist nicht verstopft, ist eine Konstruktion. Die laufen immer ein bisschen bescheiden ab. Warum laufen die bescheiden ab? Weil der Geruchsverschluss hier hinter ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, was er war. Papier an die Jungs. Tschüss. Tschüss. Die junge Künstler. Die junge Künstler. Kommt. Merkst du den Künstler? Kommt. 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 Vielen Dank.